hallo leute ich zeige euch heute wie ihr bei unify security gateway ein neues netzwerk anlegen können mit vlan um es später über switche oder ähnliches verteilen zu können zunächst öffnen wir unseren browser und melden uns in meinem fall am cloud key an genau melden uns einmal an die einstellung noch englisch das können wir ganz schön umändern indem wir einmal hier auf die pfeile gehen auf preferences und auf german schließen schon sind die einstellung deutsch so als nächstes gehen wir einmal auf einstellung gehen auf netzwerke dort habe ich schon zwei netzwerke angelegt einmal ein gastnetzwerk das primär dafür ist das gast wlan zu betreiben damit diejenigen nicht auf die daten aus dem laden netzwerk kommen so als nächstes gehen wir ganz normal auf neues netzwerk erstellen und haben jetzt verschiedene einstellungen genau primär werde ich erst mal ein testnetzwerk machen und das bleibt bei unternehmen und wenn es halt gastnetzwerk ist dann dicke direkt die rechten pfeile firewall ein einträge an damit er nicht zugreifen kann und wenn man normales netzwerk anlegt hat er zugriff auf alles stadtmäßig genau wenn das jetzt einfach test 1 da genau dann haben wir zwei schnittstellen wir haben an dem gateway insgesamt 34 schnittstellen einmal ein konsolen port einmal ein waren 1 port dann ein plan 1 und ein waren zwei oder lan zwei in meinem fall habe ich den lan 2 um funktioniert in ein waren port um zum beispiel eine zweite leitung anschließen zu können genau dann nehmen wir einmal eine faulerei die ich habe schon eben eine gab das war die 10 dann nehmen wir jetzt einfach die 15 und jetzt fragt nach geld und subnetz geld und subnetz bezieht sich auf der ip-adress bereich der verwendet werden sollten da machen wir es jetzt einfach mal testweise 1 und 24 bedeutet einmal der komplette bereich dann kann man den automatisch aktualisieren lassen so zusätzlich kann man jetzt zum beispiel auch noch eine domäne oder einen also einen kürzel hinterlegen lassen wie zum beispiel punkt local oder wenn man es kennt wenn man eine fritz box hat punkt fritz punkt box ist sich zwingend notwendig startmäßig lässt das bei punkt local so dann haben wir hier einmal den dhcp bereich der verteilt wird und hier haben wir zum beispiel name server in dem fall die dns server kann man manuell hinterlegen aber bei automatisch generiert er natürlich automatisch stehen das geld dns und ähnliches über das security gateway zu sich kann man hier dann noch der controller unify controller ip adresse eingeben falls der vor aus diesem netz verwaltet werden sollen genau zusätzlich gibt es noch die möglichkeit zu aktivieren was im normalfall wenn überhaupt für so playstation oder ähnliches benötigt wird genau so dass wir es in dem fall schon gewesen drücken wir mal auf speichern und jetzt hat er hier ein neues netzwerk angelegt das hat auch gleichzeitig in den fall hinterlegt und jetzt ist natürlich die frage wie kriegen wir das auf den switch in meinem fall habe ich leider nur einen normalen man es wird switch und nicht ein von unify deswegen kann ich in dem fall nicht genau zeigen ich kann euch nur einmal kurz zeigen wie ich das bei mir gelöst habe und das wäre in dem fall einmal 1 6 switch an sich recht einfach konstruiert und zwar wir gehen einmal auf configuration und auf port ich kann euch nämlich jetzt gleich mal ein paar zeigen den ich schon mal konfiguriert habe hier faulern und auch faulern genau habe ich jetzt das gast faulern einmal eingerichtet habe ich benötigt damit mein unify ap ac pro auch das zweite netzwerk bekommt dann gehen wir einfach einmal auf faulern genau dann einmal auf port ist erstmal irgendwann so ein faulern port genau und hier ist wichtig dass das hauptnetz ist genau das hauptnetz ist überall an tag und also dass das die verwaltungsschutzstelle ist und zum beispiel um dann noch ein zweites netzwerk drauf zu bekommen macht man dann tag in dem fall wird das natürlich benötigt einmal bei dem port wo das security gateway auf der auf die auf den switch geht und einmal natürlich auf dem port wo dann der ap ac pro dran hängt das können wir uns einmal kurz anschauen ich wechsle mal kurz auf das gast netz und schon sehen wir einmal auf port 24 und einmal auf port 4 statt mir ist es so eingestellt dass es ignoriert wird und manuell hinzugefügt werden kann würde man jetzt zum beispiel es an tag machen würde an dem port direkt nur diese die die primäre andere ip ankommen und nicht mehr beide bzw auch beide aber dann halt gewechselt dann könnte man nicht mehr richtig verwalten genau und das können wir in dem fall jetzt auch kurz machen und zwar wir gehen mal einfach auf kanzel noch mal folgen genau jetzt etwa mainz 919 zu das nennen wir jetzt in dem fall test 0 1 und faulern list ist die 15 genau da dann einmal das angelegt und jetzt können wir testweise unter faulern port den 15 als beispiel auch wieder auf port 24 tag setzen für später kann man dann noch mal was anderes machen nur aktuell ist es erst mal für mich nicht wichtig ist natürlich direkt bei den ab bei den switchen von unify viel viel einfacher sollte ich demnächst einen haben kommt noch ein video dazu genau bei fragen und in die kommentare und wenn daumen hoch würde ich mich auch freuen dankeschön und